Musik Es ist unglaublich, welchem Kriegsrausch die Menschen plötzlich verfallen sind. Es scheint so, als ob sie nichts, aber auch gar nichts aus der Vergangenheit gelernt haben. Es ist wie bei einem Brand. Je mehr brennbares Material das Feuer erreichen kann, desto größer wird der Schaden. Doch jetzt wird sogar Öl ins Feuer gegossen. Normalerweise wird bei einem Brand der Ursache auf den Grund gegangen, um das Feuer zu löschen. Doch daran scheinen weniger ein Interesse zu haben. Das schier Unglaubliche ist, dass sich viele dieser Menschen, die dieses Feuer schüren, christlich nennen. Es scheint, als ob diese Menschen nur ein Scheinkristentum kennen und nicht das wahre Christentum, welches die Lehre des Jesus von Nazareth ist. Deshalb ist dieses Video dem Kern der Lehre des Jesus von Nazareth gewidmet. Der Bergpredigt Viele Menschen können mit dem Wort Bergpredigt wenig anfangen. Aufgeweckte Menschen machen heute, je nach Bewusstseinszustand, Yoga oder eine oft östliche Meditation, interessieren sich für Esoterik oder finden sich in Bibelkreisen und freien Kirchen zusammen. Das sind Wege, die viele Menschen gehen und so vielleicht einem unbewussten Drängen ihrer Seele folgen, dem Inneren, ihrem wahren Selbst näher zu kommen. Es ist eine gute Sache, Erfahrungen zu sammeln und nach der Wahrheit zu suchen. Früher war es oft ein Buch oder ein Vortrag, die den Menschen die Augen öffnete und Lebenshilfe gaben. Heute sind es vermehrt die sozialen Medien, in denen Menschen Anregung und Hilfe suchen, um ihren Weg zu finden. So mancher ist sich dabei nicht bewusst, welchen Kräften man sich dabei bedient. Wenn jemand zum Beispiel versucht, mit einem Mantra in eine Transzendenz, in eine vollkommene Stille zu gelangen, dann sind es oft Kräfte der östlichen Meisterhierarchie, die dabei abgerufen werden. Es ist entlehnte Energie, die aus geistiger Sicht betrachtet wohl eines Tages zurückgezahlt werden muss. Dies wird jedoch den interessierten Teilnehmern bewusst oder unbewusst verschwiegen. In Bibelkreisen und sogenannten freien Kirchen wird den Suchenden oft versprochen, dass sie für immer gerettet seien, weil sie Jesus angenommen haben. Das bedeutet, der Glaube oder eine Taufe würden reichen, um gerettet zu werden, obwohl Jesus von Nazareth unermüdlich auf die Wichtigkeit des Tuns hinwies, sprich die Umsetzung des Glaubens in die Tat. Dabei werden in solchen Kreisen oft die Menschen, die die Bibel oder die Lehre des Jesus von Nazareth anders verstehen oder auf andere christliche Quellen zurückgreifen, abgewertet und als Irrlehrer geschimpft, die ihr Heil verspielen würden und so den Weg in die Hölle nehmen. Es lauert also hier auch die Gefahr, dass sich das Bewusstsein verengt, anstatt sich zu erweitern. Die Bergpredigt hingegen beinhaltet die reine Lehre des Jesus von Nazareth, die Toleranz und wahre Nächstenliebe lehrt. Würde sie von den Menschen angenommen und gelebt werden, wahrlich, es würde mit der Zeit ein Paradies auf dieser Erde entstehen. Kein Krieg und keine Waffen mehr. Tiere würden nicht mehr von den Menschen missbraucht werden und wären als freie Geschöpfe Gottes sogar des Menschen Freund. Wie paradiesisch wäre es, wenn die Tiere nicht mehr vor dem Menschen Angst haben und fliehen müssten, sondern auf ihn zugehen könnten, wenn es wieder ein Miteinander gäbe zwischen Tier und Mensch. Auch die Natur würde nicht mehr ausgebeutet und geschändet werden und sehr vieles würde sich zum Positiven ändern. Würden die Menschen so leben, dann könnte ihnen auch aus der geistigen Welt auf mannigfache Art und Weise geholfen werden, so, dass sie alles hätten, was sie zum Leben benötigen. Da für viele Menschen das Wort Bergpredigt oder Feldpredigt, wie sie im Lukasevangelium auch genannt wird, lediglich ein Schlagwort ist, wollen wir deshalb diese wichtigen Lehren des Jesus von Nazareth näher betrachten. Da die Schriften der Bibel erst vier bis acht Generationen nach Jesus von unbekannten Autoren wohl durch Hörensagen niedergeschrieben wurden und es keine Originalschriften mehr gibt, verwenden wir ein apokryphes Evangelium, das einen vollständigeren Inhalt aufweist. Es wird das Evangelium des vollkommenen Lebens genannt und entspricht inhaltlich auch dem Evangelium der Zwölf oder dem Evangelium Jesu. Dem Sinn nach entspricht dieser Abschnitt dem biblischen Text im Matthäus- und Lukasevangelium. Die Bergpredigt ist für jeden der Weg zum Herzen Gottes, der die Worte nicht nur auf den Lippen trägt, sondern sie in seinem Leben umsetzt. Es ist der Weg, den Jesus von Nazareth lehrte und uns mit dieser Lehre bis hin zur Vollendung führen möchte. Hören wir in die Worte des Jesus von Nazareth hinein. Kapitel 25, Vers 1 Da Jesus die Menge des Volkes sah, ging er auf einen Berg und als er sich gesetzt hatte, kamen die Zwölf zu ihm. Er blickte auf zu seinen Jüngern und sprach, Selig im Geiste sind die Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Die alten Schriften wurden und werden oft falsch verstanden und deshalb oft fehlerhaft abgeschrieben oder übersetzt. Viele Begriffe haben im Laufe der Zeit auch eine andere Bedeutung bekommen. So denken viele, man müsse im Äußeren Arm werden oder ein einfaches klösterliches Leben führen, um dieses Jesuswort erfüllen zu können. Hier geht es jedoch nicht um die materielle Armut, obwohl die Menschen gemeint sind, die keinen Reichtum anhäufen und das Streben nach eigenem Besitz nicht zu ihrem Lebensinhalt machen. Es geht also um jene Menschen, die ihren Besitz mit anderen teilen und die ihre Güter, die Gott allen geschenkt hat, im Sinne der Nächstenliebe verwalten. Bereits im Mittelalter, ja zu allen Zeiten, gab es urchristliche Gemeinschaften, die dieses Gebot praktizierten und deren Streben es war, dem Gemeinschaftsleben, dem Gemeinwohl zu dienen. Solche Menschen trachten nach dem Reich Gottes in ihrem Inneren. Sie vertrauen in ihrem Herzen ganz auf Gott. Diese Menschen werden, wie Jesus gelehrt hat, alles, was sie brauchen, für ihr irdisches Leben erhalten und darüber hinaus. Man kann auch sagen, sie leben das Gebot, bete und arbeite. Diese Gemeinschaften wurden jedoch meistens von den Obrigkeiten verketzert, verfolgt und unzählige von ihnen getötet. Wie wäre die Welt eine andere, wenn immer mehr Menschen versuchen würden, solche altruistischen Ziele anzustreben und zu leben? Es wäre eine Revolution. Es wäre eine Kraft, die die Weltherrschaft der Gegensatzkräfte sicherlich auf den Kopf stellen würde. Es wäre die Befreiung von allen irdischen Zwängen und Fesseln. Es wäre das Paradies auf Erden. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Wie verhalten sich oftmals die Menschen, wenn ihnen ein Ungemach geschieht? Sie klagen Gott an und beschuldigen ihren Nächsten. Der Arzt, den vermeintlichen Verursacher, die Gesellschaft, den Staat oder vielleicht gar die angeblich nicht korrekt gebaute Treppe, die sie hinuntergestürzt sind. Sie suchen einen Schuldigen für ihr Unglück. Diese Menschen sind mit dieser Aussage Jesu nicht gemeint, sondern es sind die Menschen gemeint, die erkannt haben, dass ihr Leid nicht von Gott kommt und der wahre Grund nicht bei ihrem Nächsten liegt, sondern dass sie ihr Leiden schlussendlich selbst verursacht haben. Sie versuchen im Leid ihre Fehler und Schwächen zu erkennen, diese zu bereuen, um Vergebung zu bitten und anderen zu vergeben und bemühen sich, die gleichen Fehler nicht mehr zu tun. Dies ist nicht immer leicht, sondern erfordert oft harte Arbeit an sich selbst. Denn es gilt, den Balken im eigenen Auge zu finden, statt das Augenmerk auf den Splitter im Auge des Nächsten zu richten. Wer sich überwindet und es schafft, der wird eine innere Befreiung, eine innere Erleichterung erfahren, weil ihm Gottes Barmherzigkeit zuteil wird. Wenn wir Menschen treffen, die leidgeprüft sind, so sollen wir ihnen beistehen, soweit es uns möglich ist und es gut für ihre Seele ist. Wer dadurch seine Schuld und somit die Schatten auf seiner Seele tilgt, der erfüllt die Gebote Gottes und findet auch näher zu Gott. Er spürt Gottes Trost, den Gott allen willigen Menschen schenkt. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Wer besitzt heute die Welt? Es sind weltweit meist riesige Konzerne, die oft unsichtbar von im Hintergrund agierenden, sehr reichen Personen mit großem Einfluss geleitet werden. Sie haben in dieser Welt ihre Pfründe abgesteckt und beeinflussen oft mit Hilfe von ihnen ergebenen oder hörigen Politikern ganze Länder. Doch dies wird sich ändern. In der neuen Zeit, die nach dem Zusammenbruch dieser Welt entstehen wird, werden ehrliche und friedfertige Menschen leben. Es sind Überlebende, die von Sanftmut, Demut, Liebe und Güte geleitet werden und auf diese Weise das Erdreich im Geiste Christi in Besitz nehmen, so ist es vorausgesagt. Selbstlose Menschen sind erfüllt von Weisheit und Kraft. Die neue Zeit wird das Gegenteil der alten barbarischen und blutrünstigen Welt sein, deren Blutspur sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte zieht. Kein Blutvergießen wird mehr stattfinden, weder vom Mensch noch vom Tier. Es wird keine Zerstörung der Natur und auch keine anderen menschlichen Auswüchse mehr geben. Es wird die Zeit der sanftmütigen und weisen Menschen sein, die mit Christus verbunden sind und eine friedvolle neue Welt aufbauen, in denen keine Menschen und keine Tiere mehr Angst vor Verfolgung und Tod haben müssen, sondern untereinander Geschwister und Mitgeschwister sind. Diese neue Zeit hat Jesus von Nazareth in diesem Satz bereits prophetisch vorausgesehen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden. Viele nach der Wahrheit suchende Menschen verzweifeln an der heutigen brutalen Welt. Sie sehnen sich, ja es dürstet sie, nach einer besseren und gerechteren Welt. Die Nahrung, die Luft, das Wasser, die Felder, alles wird mehr und mehr mit Schadstoffen und Gentechnik verseucht. Von allen Seiten scheint es zunehmende Bedrängnisse und Einschränkungen zu geben. Es scheint, als ob die Menschheit in eine bestimmte Richtung gedrängt werden soll, weg vom Natürlichen und Lebendigen hin zu einer unbeseelten, künstlichen und digitalen Welt. Weg vom Inneren hin zum Äußeren. Es scheint so, als ob wir von der Seele abgekoppelt werden sollen, so, dass der Intellekt die Oberhand hat. Es scheint so, dass diese Welt nicht besser, sondern im Moment immer kälter und dunkler wird. Was tun? Es ist offensichtlich, wo es dunkel wird, da fehlt das Licht. Es liegt an uns, an jedem Einzelnen von uns, das innere Licht in uns wieder zu entzünden. Ein einziges Kerzenlicht vertreibt die Dunkelheit aus einem ganzen Raum. Statt die Dunkelheit zu bekämpfen, ist das Verbreiten von Licht wirksamer und die einzig friedvolle Lösung. Wollen wir das Reich der Liebe in uns erschließen, ist der erste Schritt, zu uns selbst gerecht zu sein. Wenn wir uns in positivem Leben und Denken üben, so werden wir zunehmend gerechter. Wer seinen Nächsten nicht mehr abwertet, weil er gelernt hat, sich zu hinterfragen, der ist es, der in die Gerechtigkeit findet. Wenn wir uns also selbst erkennen, uns zum Positiven ändern und so aus dem menschlichen Sumpf erheben, werden wir uns dem inneren Licht in uns nähern, das uns Trost und Hoffnung schenkt. Die Umsetzung der Bergpredigt ist der Weg zum Herzen Gottes, zum ewigen Leben, das selbstlose Liebe ist. Dann sind wir ein Licht in der Dunkelheit. Je mehr Menschen dies tun, umso heller wird es in dieser Welt. Das ist es, was die Dunkelheit fürchtet. Auch wenn sie alles versucht, um dies zu verhindern, das Licht wird am Ende siegen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Alle Menschen, die sich in der Barmherzigkeit üben und anderen, die auf dem Weg sind, beistehen, wird auch Barmherzigkeit widerfahren. Der Weg zu Gott ist nicht ein Weg der Einzelgänger, sondern es ist ein Weg in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, denn Gott ist die Einheit. Die Bergpredigt gibt uns Werkzeuge an die Hand, mit denen wir in der Gemeinschaft diesen Evolutionsweg zum inneren Leben gehen können. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wer seine Seele gereinigt hat, also die Schatten auf seiner Seele erkannt und beseitigt hat, dessen Herz wird immer reiner und wird am Ende in Kommunikation mit seinem Schöpfer stehen. Er hat den Glauben in die Tat umgesetzt und nähert sich der Einheit mit allem Sein. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Viele stimmen ein in das Kriegsgeschrei dieser Welt. Mit vielen Argumenten und Ausreden wird die Gewalt gerechtfertigt und sogar behauptet, dass nur Gewalt den Frieden bringen könne. Doch selig sind die, die nach Frieden streben und Frieden halten. Dies gilt auch für das persönliche Umfeld, den Partner, die Arbeitskollegen, die Familie und die Gesellschaft. Nur friedfertige Menschen werden den Frieden auf dieser Erde bringen und sich mit Recht bewusste Kinder Gottes nennen können. Selig sind die, die um der gerechten Sache willen Verfolgung leiden, denn ihrer ist das Reich Gottes. Menschen, die die Prinzipien der Bergpredigt, wie die Friedfertigkeit, auf ihre Fahne geschrieben haben und diese in ihrem Leben umsetzen, haben kaum Freunde in dieser Welt. Sie werden nicht selten missachtet, ausgegrenzt, verhöhnt, verachtet, verleumdet und oft in der Öffentlichkeit verunglimpft und Schlimmeres. Solches ist auch Jesus von Nazareth widerfahren. Er wurde als Irrlehrer und Sektierer beschimpft, ausgelacht, ausgegrenzt, verfolgt und am Ende wurde sogar sein Körper maltretiert und getötet. Menschen, die konsequent die wahre Lehre des Jesus von Nazareth umsetzen, werden vieles zu erdulden haben, denn die Welt hasst die Wahrheit, das Licht und somit den Geist. Die Verunglimpfung und Verfolgung der wahren Nachfolger Christi erfolgt oft durch jene, die sich selbst christlich nennen und nicht selten die Bibel unter dem Arm tragen. So war es durch die ganzen Jahrhunderte. Wer trotz allem diesen Weg geht, wird das Reich Gottes erlangen. Nach den Seligpreisungen verkündete Jesus von Nazareth die Weherufe, mit denen er wortgewaltig wie eine prophetische Posaune die erdgebundenen Seelen und Menschen aufrüttelte und gleichzeitig ermahnt. Wehe euch, die ihr reich seid, denn ihr habt in diesem Leben euren Trost empfangen. Wenn die Menschen diesen Weheruf ernst nehmen würden, dann würde sich die Schere zwischen Arm und Reich mehr und mehr schließen. Wenn der Reiche erkennen würde, dass sein Reichtum eine Gabe Gottes ist und dieses selbstlos, also im Sinne der Nächstenliebe und des Gemeinwohls verwalten würde, dann bräuchte niemand im Elend zu vegetieren und der Reiche hätte trotzdem genug zum Leben. Er würde das Gebot Bete und Arbeite befolgen. Auf diese Weise würden alle Menschen in einem gehobenen Mittelstand leben können und es gäbe weniger Anreiz für Hass, Neid, Macht, Herrschsucht und Unterdrückung. Den Streitigkeiten und Konflikten würde auf diese Weise der Nährstoff entzogen, da in der Bevölkerung statt einer ungleichen Spannung ein Gleichgewicht entstehen würde. Nur zu oft wird das Gesetz von Ursache und Wirkung und auch die Reinkarnation außer Acht gelassen. Es liegt auf der Hand. Wer sein Vermögen zu seinem egoistischen Selbstzweck anhäuft und sein ganzes Strachten nur auf dessen Vermehrung fixiert, um bei den Menschen angesehen zu sein, der muss sich nach dem Gesetz von Saat und Ernte nicht wundern, wenn ihm eines Tages sein Verhalten zum Verhängnis wird. Vielleicht wird er in der nächsten Inkarnationen in armselige Verhältnisse inkarnieren und um Nahrung betteln müssen, die er in vorangegangenen Leben den Bedürftigen verweigerte. Er muss unter Umständen die Leiden derer durchleben, die wegen seines egozentrischen Verhaltens in die armseligen Leben gestürzt wurden. In Deutschland besitzen ein Prozent der Bürger also das oberste Hundertstel rund 35 Prozent des individuellen Nettovermögens. Die reichsten zehn Prozent kommen gemeinsam auf zwei Drittel des gesamten Vermögens. Die ärmeren 50 Prozent der Bundesbürger besitzen hingegen nur rund ein einziges Prozent des gesamten Nettovermögens. 20 Prozent besitzen nichts und weitere zehn Prozent sind sogar verschuldet. Entspricht dies einer gerechten oder gar einer christlichen Gesellschaft? Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Im Äußeren möglichst viel für sich zu raffen und zu besitzen ist oft ein Zeichen für innere Leere, die man vergeblich versucht, mit äußerem Reichtum zu kompensieren. Wer sich an Besitz bindet und im Fühlen, Denken und Handeln nur mein und dein kennt, der hat noch nicht begriffen, dass alles Gott gehört und allen Menschen, die sich bemühen, Gottes Werke zu tun, die bemüht sind, die selbstlose Liebe und das Gesetz des Lebens für die Erde, Bete und Arbeite zu erfüllen. Die raff und habgierigen Menschen bereiten hingegen ihre nächste Inkarnation vor. Vielleicht, wie bereits erwähnt, ist diese in ärmlichen Verhältnissen, in denen sie unter Umständen um ein Stück Brot betteln müssen. Das lichtarme Innere spiegelt sich dann vielleicht im Äußeren wieder. Dies ist keine Bestrafung Gottes, sondern eine geistige Gesetzmäßigkeit. Gott möchte für seine Kinder nur das Beste. Solange wir jedoch in den Fallwelten leben, gilt das Gesetz von Ursache und Wirkung, von Saat und Ernte. Im Osten auch Karma Gesetz genannt. Es nützt nichts, dieses zu leugnen oder zu verdrängen. Naturgesetze sind keine Glaubensfrage. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wer Menschen abwertet, verurteilt, auslacht, verspottet und Witze über sie macht, versündigt sich nicht nur an seinen Nächsten und bindet sich an ihn, er versündigt sich auch an Gott und wird später darunter zu leiden haben. Jeder beseelte Mensch ist in seinem Inneren ein Kind Gottes und wir alle sind im Inneren miteinander verbunden. So verspottet sich der Spötter im Grunde selbst und auch Gott. Wir sollten unsere Worte und Gedanken mit Bedacht wählen, um uns nicht selbst schlingen zu legen, die uns eines Tages zum Verhängnis werden könnten. Wehe euch, wenn alle Menschen gut von euch sprechen, denn so machten es auch ihre Väter mit den falschen Propheten. Wir sollten ehrlich sein und nicht dem Nächsten gefallen wollen, indem wir mit Schmeicheleien seine Zuneigung erkaufen und ihm nach dem Mund reden. Wir tauschen oft Freundlichkeiten aus, aber meinen wir sie auch so. Oder bestätigt unser Mensch nur das allzu menschliche Ich des Nächsten, um ihm zu gefallen und Zuneigung und äußere Freundlichkeit zu bekommen? Solche kleinen Schmeicheleien scheinen für uns nicht von Belang zu sein, doch sie könnten Folgen haben. Das menschliche Ego dürstet fortwährend nach Bestätigung und Aufwertung, so, dass dabei oft noble Werte wie Ehrlichkeit und Offenheit das Nachsehen haben. Auch Verantwortliche eines Volkes oder Völkerbundes können falsche Propheten sein, die die Völker mit verführerischer Redekunst, mit geschmeidigen Worten und Angstmache zur Mithilfe ungesetzmäßiger Taten verführen und das Ganze dann sogar als christliche Nächstenliebe oder Bürgerpflicht verkaufen. Für die Verteidigung angeblich edler Ziele sind schon Millionen von Menschen in vielen Ländern dieser Erde zu Mördern gemacht oder in den Tod getrieben worden. Wer sind die Nutznießer solcher bluttriefender Operationen? Die Verantwortlichen stellen sich selbst auf einen Sockel und geben sich als Helden und Retter aus, genießen bei Empfängen das Bad in der Menge und das Hoch Gejubelt Werden in den Medien, egal wie viele Menschen als Folge ihrer geostrategischen Entscheidungen ihr irdisches Leben verlieren. Macht jemand nicht mit oder deckt gar die verborgenen Hintergründe auf, dann wird nicht selten gegen solche Personen vorgegangen. Nach diesem Schema wird seit Jahrtausenden vorgegangen. Seit der Geburt Jesu wurden viele Jahrhunderte lang Hunderttausende seiner Anhänger in vielen urchristlichen Gemeinschaften verfolgt, verketzert und viele am Ende gar getötet. Das Volk war den Obrigkeiten hörig, glaubte ihren Aufrufen und Versprechungen und sammelte für einen angeblichen Sündenablass fleißig Holz für die Scheiterhaufen, auf denen die Opfer zum Teil lebendigen Leibes verbrannt wurden. Was hat sich geändert? Doch das Licht bahnt sich immer wieder seinen Weg und lässt sich nicht aufhalten. Das Licht wird gewinnen, denn die Schöpfung gehört Gott und nicht den Abtrünnigen. Ihre Zeit ist abgelaufen. Dies waren einige wenige Sätze aus der Bergpredigt, der Essenz der Lehre des Jesus von Nazareth. Wenn sie befolgt werden, bringen sie die innere Freiheit. Sie widersprechen dem alten System, das im Grunde auf dem Streben nach Macht und Weltherrschaft, nach Selbstbereicherung und Unterdrückung aufgebaut ist. Wer anfängt, diese Lehren in seinem Leben umzusetzen, wird das wachsende Licht in seinem Inneren spüren, das ihn ermutigen wird, diesem Weg weiter zu folgen. Es ist der Weg in die Freiheit, zum Herzen Gottes. Es liegt an uns, an jedem Einzelnen, das auf diese Weise mit der ehrlichen Arbeit an sich selbst auch im Äußeren eine friedvolle Welt entstehen kann. Musik 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 L Musik 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 Vielen Dank.